Hallo, ich bin's der Alex und heute zeigen wir euch in einem weiteren Video die Wartung eines HSK Spannsatzes. Im ersten Schritt überprüfen wir die Einzugskraft mit unserem Powercheck. Die benötigte Einzugskraft für euer Spannsystem findet ihr in eurer Produktinformation oder in der Zeichnung. In unserem Fall ist die Einzugskraft für die HSK 63 Schnittstelle zu gering. Das Nachfetten des HSK Spannsatzes mit der Handbürste funktioniert am besten in der Position gespannt ohne Werkzeug. Hier entsteht ein Spalt zwischen den Zangensegmenten, wodurch man das Schmierfett optimal auf den vorderen und hinteren Funktionsflächen aufbringen kann. Durch zwei bis drei Spannvorgänge wird das Fett besser verteilt. Im nächsten Schritt überprüfen wir die Dichtungen im Spannkegel auf Verschleiß oder Beschädigungen. Für die Demontage verwenden wir unser Picktool. Wir empfehlen die Dichtungen regelmäßig zu überprüfen und bei Verschleiß auszutauschen. Die neue Dichtung montieren wir vorsichtig mit einer Pinzette. Abschließend überprüfen wir noch das Einstellmaß in Lösestellung und korrigieren, wenn nötig. Das passende Einstellmaß für euer System findet ihr ebenfalls in der Produktinformation. Wir überprüfen die Einzugskraft nochmals mit dem Powercheck. Die Wartung des Spannsatzes haben wir erfolgreich abgeschlossen. Alle empfohlenen Wartungsintervalle, Ersatzteile und Montagehilfsmittel wie das Picktool findet ihr in eurer Produktinformation, die ihr in unsere Infothek herunterladen könnt. Und wie der Powercheck richtig eingesetzt wird oder die Montage und Demontage des HSK Spannsatzes erfolgt, seht ihr in weiteren Videos.